Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, das ist auch Dumbledore nicht der Schulleiter. Aber ist er trotzdem ein Start? Keiner, ich habe es echt gespielt. Casey Bell. Ich wollte es mir mal angucken. So, ich glaube, jetzt geht es zu Hagrid, oder? Wir gehen wieder weg. Gar kein Bock. Oh, diese Volk habe ich nie verstanden, ne? Ja. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Du musst über den Weg drüber gehen, andere Richtung, genau. Geh lang. Auf dem Weg wachsen jetzt auch Blumen. Ja, cool. Ja, und jetzt? Wo ist mein Geld? Können wir nicht liegen lassen. Ich wollte ja auch immer wieder neu, ne? Ah, wir müssen doch hier Dings zur Eule, ne? Ja. Bei dem letzten auch so. Mal gucken, ob das von Goldner, äh, Roter Stein ist. Mal gucken. Goldner, Roter Stein. Das sind diese Dings, diese Kisten da, ne? Ja, das sind die roten Steine in den anderen Spielen. Da kommen so, ähm, Sachen raus, wie schnell graben oder Start-Multiplyer. Okay, äh, ja, ja, ich weiß. Äh, so. Warum ist das jetzt zugewachsen? Keine Ahnung. Auch sehr mysteriös, dass es irgendwie innerhalb von nicht mal irgendwie einer Stunde oder so passiert ist. Ja. Obwohl das Spiel länger als eine Stunde ging, glaube ich. Auch sehr sicher wegen Regen und so, das wird gar nicht vergammeln oder so. Nein, nein, nein. Kommst nur drauf. Nach einer Woche einfach zusammenrechnen, weil es verschimmelt ist. Einfach zu gewusst. Weil dann mal durchgeweicht ist das Holz. Ah, jetzt hier Weihnachtszeit, Alter. Oh, oh, oh. Warte ich eben auf Frühling? Gefühlt schon. Ah, ich glaube, jetzt bekommt doch Harry sein Dings hier unsichtbar. Ja, jetzt kann er sich unsichtbar machen. Alter. Ja, ja. Kommen wir hier auf jetzt. Okay. Ey, Weihnachtsmützendings kannst du ausstellen auch, ne? Ja? Das ist ein roter Stein. Okay. Perfekt, sicher. Oh, jetzt bekommt er seinen schönen Pullover geschenkt. Er bekommt ein Stück Stoff geschenkt. Oh, oh, weg die. Von wie hat er das nochmal bekommen? Von Hangout hat ihm das da hingelegt, aber der ist von seinem Vater. Der Mantel ist von Harry, seinem Vater. Okay. Ach, das hat er noch Hangout auch gehabt, ne? Ah, ich glaube, jetzt muss er erst da lang, ne? Hä? Was ist das Gesicht? Keine Ahnung. Es ist so sinnlos, ne? Ah, glaube ich, jetzt sind wir erst mal da und ich habe da nachgehend in den Wald. Kann das sein? Ja, da. Und ich glaube, die Level-Reinfolge ist irgendwie, die kann durcheinander, kann das sein? Ein bisschen? Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Meist es unsere oder im Vergleich zum Film? Er ist zum Filmen. Ja. Oh, dieses Level-Einfolge ist so gehasst mit den Kackbüchern, ne? Ja, ja. Alter. Dieses Level-Einfolge hat mich so aufgeregt. Ich denke, es kriegt doch einer instant, ne? Ja. Ob einer muss sich opfern, um den Knochen zu lassen. Ah, mach dich weg, so dummes Vorhaben. Ich räume die Kriege ein, einfach, obwohl man wegläuft. Ja. Der Klappen bringt einfach nix. Egal, was man macht. Oh, oder du gehst hier auf die Tische und drauf. Äh, ja, hier. Stimmt. Oder ich glaube, mit meiner Ratte dadurch dann. Mit der Ratte kann ich auch alles einbekommenen. Ich glaube, wirklich so nachts bei Hogwarts ist so richtig, die Alter, ne? Ja, stell vor die Trifte auch so böse, zauberer Geister hier. Ja, ja, Digga. Stell dir vor, Digga, du wachst auf, auf einmal ist so ein Geist von dir. Oh, damit grüßt so ne Geister da, aber. Ja, ja, ist egal, ist doch. Zu erster Tag Hogwarts, die so wüssten, so Geister, Geist begrüßt. Also Hogwarts ist, glaube ich, grad der sicherste Ort, so, den es gibt. Nee. Leute werden umgebracht, Spieler verschwinden. Bissere Zauberer ohne Nasen tauchen auf. Hey, komm mal hier drauf. Das hab ich auf YouTube mal gesehen. Was hast du auf YouTube gesehen? Das mit Hogwarts ist der sicherste Ort in ganzer Reporter oder so. Ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Die Schüler verschwinden, das hab ich auch ohne Nasen greifen Schule an. Digga. Kommt doch einfach immer so ein glatzköpfiger Typ mal dazu hier an, ey. Ein gewisser Voldemort, der dich komplett auseinander nimmt. Ach, warum ich hier wieder so ein Dings hier, so ein Kessel oder was? Aber wofür hast du das Eisen? Keine Ahnung. Ey, Digga, ich bin das Kackbuch. Voll dieses Ketik auch instant, ne? Mhm. Oder sind das zwei Bücher? Oh, nee. Kann man dich doch irgendwie eliminieren? Nein, ne? Ah, was, wenn ich unsichtbar bin? Dann sehen die dich nicht mehr, glaub ich. Dann zwar trotzdem schießen, aber die sehen dich nicht. Okay. Boah, du bist halt echt langsam, ne? Ja. Ich brauch nur mal ne Ratte rausschicken, damit ich auch nicht sterbe. Guck. Guck schon, neben sie dem hier nicht mehr. Meiner Ratte ist man safe. Deins. So. Die Ratte draus macht, dann zähle ich nicht mehr als Charakter richtig. Genauso wenn du irgendwie Lego Stars mit Saga als Geist spielst, ne? Ist ja genauso. Ist genau wie jeden der kompletten Saga, dieser Yoda-Geist. Ja, meine ich ja, also allgemein alle Geister. Ist der Yoda-Geist, ist einfach viel zu überteuert. Ist einfach genau der gleiche, nur. Wie Anakin und Obi-Wan, ne? Ja, die Machtgeister halt. So. Ich will jetzt hier einmal durch, bitte. Was für die Machtgeister überhaupt? Tee, Jäger. Können irgendwas Bestimmtes zu Machtgeister? Wo meinst du jetzt? Was meinst du jetzt? In Lego Stars. Ich glaub nicht. Aber die können halt nicht gehittet werden von den Gegnern. Die werden einfach nicht gesehen. Jäger, diese Drecks-Bücher, ne? Bleibst du das Buch nochmal hoch? Lass uns auch nicht mal ein Ding schneiden. Lass uns das Eis hoch, oder nicht? Ja. Lass mich mal hochschnell. Kannst du einmal kurz machen, oder? Danke. Oh, Digga. So, hier ist das Eis, ne? So, äh, wo ist jetzt diese Spinne? Lecker. Lecker. Das ist ein Lecker. Geil. Kannst du mich vielleicht einmal kurz hier... Ja. Ich stand da oben drauf, ey, kicken dich einfach trotzdem. Ja, das ist ein Ding nach dem Aim-Bot. Du Opfer-Such, Alter. Ich bin jetzt eine Ratte. Ey, Mann. Komm, die Rätze. Ich bleib sie an. Kannst du rumspringen? Nein, kann ich leider nicht. Ja, bleib doch da oben drauf mit der... Äh, mit der Rätze. Bring mir ja nichts. Ach, stimmt. Kannst ja trotzdem nichts machen, ne? Ich bin der Rätze. Kann ich ja nichts machen. Aber ich kann nicht hochschneiden. Nein, 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 nein. Egal, geh weg. Wir sparen doch immer am Arsch der Welt, ne? Ja, wie wollen wir das... Wie tun wir das zu kochen? Keine Ahnung. Einer muss halt die Bücher abdecken. Komm! Ja, ich bin drüben. Oh mein Gott. Oh nice, endlich. Lecker, ist das wirklich so reudig, ne? Ja, du bist lecker. Alter, du bist lecker. Gehast. Ja. Ich hab da auch nicht so eine Erinnerung dran. Jetzt, wo ich's erneut spiele. Aber das Level geführt zu ewig lang, weil man so ewig lang gebraucht hat, um das endlich reinzubringen. Ich glaub, wir haben das komplett falsch gemacht. Vielleicht sollten wir uns auch anders machen. Aber na, egal. Wir haben es jetzt geschafft. Passt. Wir haben es jetzt geschafft. Lass mal, wenn die Pflanzen da wachsen, lecker. So. Ich find auch geil, dass das Clou eigentlich hier bis zu dem Bereich, also bis zur Treppe... Okay, doch, kann's anscheinend doch. Das kann doch bis hier. Ja, kann's glaub ich auch. Ah, die Spinne jetzt hier, okay, komm. Endlich. Er hält auch noch was. Das ist doch nur mit dem Schwarz und der Linger. Ey, ich will jetzt hier weg, ey, ohne Witz. Ey, ich soll mal ein Ruf. Okay, Bruder. Was hat der so auf einmal für eine Range? Der ist noch bis dahin immer gegangen, das war's. Kommt selber nicht. Perfekt. He, Digga. Viel Fehler. Geil. Er hält sich aus, bis später. Welche? Ja, hier. Kannst du sie abschießen. Warte, 5 von 6? Ist ja noch was? Keine Ahnung. Kann man was verpassen? Warte, Mann. So safe. Oder? Oder? Keine Ahnung, die sind zu dummes. Der Hausmeistergall ausschließend. Rentnervereinigung. Ja, ja, ja. Dann würde ich doch ein, nein, Alter. Oh, hier auch nochmal so ein, äh, Ding. Ja, hab ich schon gemacht. War wohl. Mal kommen wir jetzt hier. Was ist mit der letzten Blume? Was? Was ist mit der letzten Blume? Mit der letzten was? Blume. Ach so. Ja, die Blume. Äh, weiß ich nicht, brauchen wir die oder wie? Ja, aber das Ding zu bekommen, das Wappen oder nicht? Ach so? Ja, aber vielleicht im vorigen Raum noch einer. Nur noch zurück, ich glaub nicht, oder? Ja, doch, natürlich. Im vorherigen Raum, da hab ich auch noch einer. Keine Ahnung. Das Hate ist hier noch was. Ach, wird aufgefressen. Cool. Wenigstens ist Ball wieder am Anfang. Da geht doch hier ist noch einer. Ah, okay. So, jetzt aber schnell geh wieder raus, ey, aus dem Scheißladen. Hallo. Oh Gott. Komm, komm, komm. Angetäuscht. Jetzt kommt das Buchhäden rausgedüst. Ja, Bruder, auf jeden. Was ist, wenn ich nichts mache? Dann, da ist es so, dann bleib ich da für immer. Dann bleibst du für immer bei dem gefangen? Ja. Dann, äh, macht der immer mit dir irgendwie... Ja, okay, interessant. Dann schüttelt er mich aus. Ja, ja, sehr egal. 24,7. Ja. So, hallo? Ja. Dankeschön. Weil, wie sich Kretz auch einfach auflöst, immer, ne? Ja, ja. Ach, der ist dieser komische Dings da. Der kopflose Ritter, alter. Der Geisterreiter. Der Geisterreiter. Ghost Rider. Die Ghostbusters. Wir sind die Ghostbusters. Aber würdest du so spät um die Uhrzeit irgendwo in Hogwarts rumlatschen und irgendwas suchen? Nein. Also... Nee, der Geisterreiter. Alter, super. Alter, Ron. Plattiger Playboy. Seine Eltern. Seine Mutter hieß Lily, glaube ich. Stimmt, Lily und James, genau. Genau. Ist mir gerade so eingefallen, weil ich sie wieder gesehen habe. Ron, der Playboy. Du darfst du den Stein der Weisen. Habe ich doch gesagt. Stimmt. Habe ich doch recht. Ich dachte immer recht. Du hast mir nie vertraut. Wie passt so ein kleines, so ein riesiges Kackding in so ein winzig kleines Beutelchen? Ja, fragt die mich auch, alter. Das war so ein Mini-Beutel. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du mein letztes Video, sowie rechts die Playlist zum aktuellen Projekt. Zudem könnt ihr doch in der Mitte meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann mit der Reise in Hogwarts weitergeht. Möge uns dahin die Magie mit euch sein. Das Alexandria. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020